Ich hab heute mal wieder etwas sehr schmackhaftes für euch mitgebracht. Es wird heute nämlich wieder ein bisschen länger. Wir spielen nämlich einen großartigen Endes im B2-Mod, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. New Super Mario Bros. 2 and the Crystal Crescens. Ich hab kurz einen Schlaganfall bekommen. Das ist aber ein Hack, der richtig weird zum Aussprechen ist, aber fucking viel Qualität mitbringt. Er sieht wunderschön aus, hat crazy Custom-Musik, basiert wie gesagt auf dem 3DS-Titel und hat neun schöne Level für uns im Gepäck, die wir heute alle zocken. Genießt es, Freunde. Der Link zum Ersteller ist in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit meinem gesamten Playthrough zu diesem wunderbaren Spiel. Daumen nach oben. Wär toll. Viel Spaß. Na, dann wollen wir uns doch mal anschauen, meine lieben Freunde, was dieser NSMW-2-Hack zu bieten hat. Es ist, glaube ich, sehr vielversprechend. Die ganze Aufmachung wirkt extrem professionell. Wirklich. Also, ich bin stark begeistert und wir werden uns einmal alles angucken, Freunde. Von der Musik bis hin zur Grafik, bis hin zur Schwierigkeit, ne, zum Level-Design und, und, und. Wir gucken einfach mal, was es hier für uns zu tun gibt. Und jetzt hätte ich fast den Schuh gemacht, weil ich mir hier diesen Block geholt habe. Aber prinzipiell liebe ich die ganze Aufmachung von NSMW-2. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, was leider ein bisschen unter unkreativem Level-Design gelitten hat. Na, zu einer Zeit, wo quasi, ich würde mal sagen, die NSMB-Formel allgemein schon ziemlich ausgelutscht war. Und dann, ja, sollte hier irgendwie nochmal was hinterher kommen. Und, ähm, dadurch war es dann, glaube ich, so ein bisschen in Verruf geraten, ähm, weil einfach ein bisschen die Innovation gefehlt hat. Aber prinzipiell ist NSMB-2, finde ich, eine sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr solides Spiel mit auch einem sehr schönen Artstyle. Also, ich finde, das ist auch ein Spiel, was einfach, ja, schön aussieht und sich schön spielt. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir haben gerade schon gesehen, Freunde, wir sammeln in diesem Spiel keine Star-Coins, sondern wir sammeln tatsächlich Finstermond-Stücke. Verdammt interessante Entscheidung, wenn ihr mich fragt. Also, das hat das fast sogar ein bisschen Halloween-Touch, auch wenn es jetzt, äh, das Video kurz nach Halloween kommt. Kann ich da rein? Nein. Aber, äh, ja, ich finde diese Luigi's Mansion 2-Referenz definitiv spannend. Und hier haben wir direkt die nächste Röhre. Mensch, das läuft ja. Oh. Bruder, die Musik, holy shit. Wir haben einen P-Switch-Run. Da ist der zweite Finstermond. Oh, ich fall runter. Bin ich tot? Nee, okay, alles gut. Jetzt hatte ich schon Angst, dass ich hier quasi, äh, durch die Röhre gehen muss. So, und jetzt kriegen wir auch endlich mal hier unsere Feuerblume. Dass wir hier auch mal ein bisschen in der Lage sind, uns, äh, ein bisschen besser zu verteidigen, ja. Sehr, sehr geil. Und da ist auch der Checkpoint schön mit der lilanen Flagge. Gefällt mir sehr gut. So, und er arbeitet sehr viel mit diesen Goomba-Türmen. Das fällt auf jeden Fall auf. Das ist schon der dritte oder vierte Goomba-Turm, den wir hier treffen, ne. Und, äh, es gibt viele schöne Secrets. All diese Blöcke hier sind neu. Die Musik ist neu. Ähm, auch diese Blume hier, ne. Ich glaube, diese Blume gab es auf jeden Fall nicht im Original-Game. Also, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ne, ihr könnt mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber das wirkt einfach alles sehr, sehr stimmig. Ich mag das. Das hat so ein bisschen so einen Nacht-mysteriösen Charakter alles. Bin sowieso ein Mensch. Ich mag die Nacht sehr gerne. Ich finde die sehr ästhetisch. Nachts werden die Menschen ruhiger. Es wird alles so ein bisschen entspannter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, da haben wir Münzen. Okay. Aber mehr ist hier nicht. Also prinzipiell sehr schön und das halt auch alles in diesem blau-lila gehalten wird. Ja, ne, doch. Also, Artstyle-technisch muss ich zugeben, bisher gefällt mir sehr gut. So. Bloß der dritte Finstermond. Der will jetzt irgendwie sich gerade noch nicht so ganz zeigen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das früher oder später noch kommt. Weil ich hätte keinen Bock, schon in meinem ersten Level, die... Direkt den Secret zu verpassen. So, ich glaube, an der Stelle habe ich gerade den Schuh gemacht. Weil ich, glaube ich, da unten an die Decke gestoßen bin. Vielleicht ist es sinnvoller, wenn ich gleich von Anfang an hier oben lang gehe. So. Aber irgendwie... Irgendwie... Ah, da ist der Finstermond. Okay. Ich wollte gerade sagen, Finstermond-technisch ist jetzt hier noch nicht so viel los. Ich komme nicht an diese Koopas ran. Ah, lol. Ich muss doch gar nicht an die rankommen. Wow. Ich war irgendwie der Überzeugung, dass ich eine Koopas-Shel darunter werfen muss. Muss ich aber gar nicht. Okay. Wir haben alle drei Finstermonde. Das ist schön. Ich finde es auch wahnsinnig geil, dass er da so ein eigenes 3D-Modell tatsächlich für die eingefügt hat. Also, ich meine, er hätte Starcoins gar nicht umbauen müssen. Aber genau das... Die Soundhacks. Genau das sind diese Details, Freunde, die einen Mod oder einen Hack dann einfach am Ende richtig professionell wirken lassen. Oh, und jetzt schaut mal an. Damit wir da vorne zu dem Pilzhaus kommen, Freunde, müssen wir fünf Finstermonde bezahlen. Also, wir dürfen quasi nur einen Finstermond verpassen. Das ist crazy, ne? Das wäre, glaube ich, in einem originalen Mario-Game auf jeden Fall nicht so. Da wären die, glaube ich, ein bisschen gnädiger. Aber hier sagen sie sich so, ey, wenn du das Pilzhaus willst, Meister, dann sammel auch die Finstermonde, ne? Dann schau mal, was hier abgeht. So. Was ist hier? Okay, wir haben nur einen One-Up. Aber sonst nichts. Okay, also ich schätze, wir sollen hier nach unten. Oh, what? Okay, wir haben irgendwie chemisch verseuchte Wriggler? Wie darf ich das verstehen? Weil die haben auch so traurig geschaut tatsächlich. Ich komme hier nicht runter. Was soll das? So. Oh, die Mucke ist auch richtig gut. Die ist so ein bisschen Jazz-mäßig angehaucht, habe ich das Gefühl. Oh, boy. Äh, da muss man wahrscheinlich einfach hier hoch, oder? Yes. Direkt erkannt, meine lieben Freunde. Sehr schön. Da konnten wir der Gefahr auf jeden Fall gut ausweichen. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal schön Kohle für uns. Die gefällt mir. Sehr geil. Und Bäm. Nehmen wir die Röhre wieder zurück. So. Dann haben wir an der Stelle doch schon mal den ersten Finstermond. Und die sind sehr viele von diesen Pilzen, mit denen man arbeiten kann. Und ich habe... Das war fies. Das war fies. Aber hier geht es hoch. Aha. Direkt was erkannt, Freunde. Direkt was erkannt. Oh, okay. Instant mit einem Megaschrum. So. Yo, die Mucke. What? Oh, da muss ich mich hochfahren lassen. Ja. So. Zack. Hier nochmal hüpfen. Jawollo. Geil, 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 geil. Okay. Ey, ich mag die Musikauswahl. Die Musikauswahl ist sehr, 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 sehr angenehm. Schön. Ne, ich bin, ich bin, ich bin bisher sehr positiv angetan. Muss ich einfach so zugeben. Ich bin aktuell sehr angetan von diesem Hack. Mal sehen. Übrigens, Freunde. Ne? Ich glaube, ich muss es nicht sagen. Ihr wisst das. Aber wenn euch das Video gefällt, ne? Und wenn ihr prinzipiell sagt, ey, ab und zu immer mal wieder so ein Uncut-Video, wo man sich einfach richtig schön an einem, ja, Sonntag, wo wir das, glaube ich, hier hochladen, wo man sich einfach so ein bisschen berieseln kann. Oder wann auch immer ihr das guckt, ne? Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Manchmal braucht man auch einfach ein schönes Vielgut-Video zum Aufstehen oder nach der Arbeit. Es kann ja tausend Gründe geben. Ah, warte mal. Aber da, ah, da fährt man diese Stange hoch. Krass, krass, diesen Stein. Also, wenn euch das gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über Feedback freuen. Im Sinne, ich bin tot, im Sinne von einem Kommentar, von einem Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo, ne? Wenn ich weiß, hey, wir haben hier irgendwie eine Community, die Spaß daran hat, auch mal sich so Uncut-Stuff reinzuziehen und sich mal Hacks in voller Gänze, ja, weitestgehend unbearbeitet und so weiter anzusehen. Gebt mir da ganz gerne Bescheid. Das ist Feedback, was ich immer gerne mitnehme. So, jetzt haben wir den Stein hier nach unten gelenkt. Wir müssen jetzt diesen Stein quasi hier transportieren, wenn ich das richtig verstehe, ne? Ja. Er fällt hier runter und macht hier die rote Röhre auf. Und ich glaube, normalerweise soll man in die grüne gehen und die rote wirkt secret. Und das ist eine gute Sache, ja, weil wir suchen ja immer noch, warte mal, ich muss, ich muss den Riggler killen. Oh nein. Oh nein, wie fies. Ich muss den Riggler töten, dass ich den Pilz nach oben fahren kann. Oh no, es tut mir so leid, Diggi. Es tut mir so leid. Ne, aber, also ich habe Spaß an sowas. Ihr kennt mich, ich, ich bin jemand, ich labere gerne an Cut, ich bin jemand, na, auch in Reactions, ich kann zwei, drei, vier Stunden am Stück durchlabern. Weil das ist kein Problem und ich glaube, das ist auch irgendwo so ein bisschen meine Stärke. Ach komm, scheiß auf den Pilz da unten, wir öffnen einfach so hin. Und wenn ich das natürlich gerne hier ausleben kann, dann macht das natürlich Spaß. Das dann noch gepaart mit geilen Fan-Mods, mit geilen Hacks, mit eigenen Kreationen von Leuten, da geht mein Herz einfach auf. Aber auch das hier, ein wunderschönes Level. Ich muss zugeben, es macht so Spaß, die Finstermunde zu sammeln. Holy moly. Das Pilzhaus gucken wir uns noch an. Keine Sorge. Alles zu seiner Zeit. Wir schauen uns schon noch in Ruhe alles an. Nee, aber da bin ich einfach happy. Also, ich glaube, so wie das vielleicht für manche von euch ein Feelgood-Projekt ist, kann ich das tatsächlich auch nur von meiner Seite, also von aufnehmender Seite. Ich habe nicht kapiert, dass die Wand mich nicht auffällt. Ich habe legit nicht kapiert, dass das keine solide Wand ist. Versteht ihr, was ich meine? Hm. Na ja. Okay. Dann, äh, hui. Gehen wir nochmal hoch. Nee, es ist viel gut für mich. Also, wenn ich einfach mich so hier hinsetzen kann und in Ruhe zocken kann, dann werde ich, dann werde ich einfach happy. Das ist genau mein Ding. Und... Puh. Wunderbar. Da ist doch auch schon die erste Röhre. Ey, diese Mucke, ne? Holy shit. Boah, das ist ziemlich dangerous hier. Ja. Bruder. Das ist fies. Aha. Aha. Jetzt habe ich es sogar als großer Mario ohne Gegentreffer geschafft. Da bin ich ja fast ein bisschen stolz drauf. Sehr schön. Erstes Finstermond-Stück für uns. Ah, und warte mal. Das hier, das feuert uns sogar, ja, diagonal. Interessant. Okay. Uh, und endlich, endlich kriegen wir den Tanuki, das wunderschöne Item, Freunde. Welches dieses Game, ja, in einer gewissen Art und Weise einzigartig macht. Ich glaube, ist das das einzige 2D-Mario mit einem Tanuki? Ich glaube schon, ne? Also, da, das ist, das ist schon eine feine Sache. Und hier muss ich jetzt irgendwie nach unten kommen. Muss ich da einfach stehen bleiben? Ach, krass, 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 krass. Okay. Ich wusste nicht, dass man sich hier auch so bewusst, äh, fallen lassen kann. So, einmal hier durch. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch... Oh, freudig, Digga. Nee. So, weg mit dir. Dann müssen wir uns auch hier an der Stelle mal droppen lassen, ne? Mensch, jetzt habe ich so, so ekelhaft meinen Tanuki verloren. Aber wir kriegen nochmal einen. Es ist ein gönnerhaftes Spiel. Sondern da unten sind Münzen. Ich sehe die. Freunde, ich... Wehe, ich werde jetzt hier verarscht. Wehe, ich werde jetzt hier verarscht. Hier ist gar nichts. No way. No way. Aha! Hier ist doch was. Hier ist... Ich wollte doch gerade sagen, das macht man doch nicht. Ohne Grund. Und wenn man das ohne Grund macht, dann ist man einfach ein Psycho-Entwickler. Sowas tut man einem Spieler nicht an. Jemanden so ein Secret finden lassen und dann nichts hinpacken. So, das ist nichts. Okay, wir müssen jetzt hier quasi... Passend... Mittig... Immer feuern. Ja. Oh Gott, da muss ich mich... Oh Gott, das muss jetzt so... Das muss jetzt so passen. Ja, ja, sehr geil. Phew. Ey, diese Elektro-Dinger, die machen mich wahnsinnig, ne? Aber passt, Freunde. Zwei Finstermonde. Angenehm. Angenehm. Boah, hier sind aber auch so viele von diesen Elektro-Dingern. Hier sind so viele. Holy shit. Ja, und jetzt hierdurch. Also ich meine, die haben eine sehr forgiving Hitbox. Also man kriegt jetzt nicht direkt aufs Maul, wenn man irgendwie auch nur ansatzweise in deren Nähe ist. Das muss jetzt mal denen fairerweise zugutehalten. Och, Bruder. Es ist alles so schwer zu timen. Aber Assi finde ich es trotzdem. So. Das Schöne ist aber, wir können die halt entfernen. Auf der anderen Seite... Aha, jetzt zieh ich meine an. Jetzt zieh ich meine an. Auf der anderen Seite ist es dann auch immer ein bisschen fies. Wenn man dann diese... Was ist hier? Das sieht sehr sass aus. Wenn man dann diese Cooper-Shirts hat. Ich duck mich hier mal. Bringt gar nichts. Okay. Aber hier, warte mal. Hier kann ich ja auch noch hoch. Oh Mann, ey. Ich werde immer nur getroffen. Was geht hier ab? Ist hier gar nichts? Nee, oder? Hier ist gar nichts. Wow. Das hätte ich nicht erwartet. Pass mal auf. Dann rüste ich mich jetzt hier erstmal frisch aus. Und dann versuche ich jetzt hier oben nach links zu kommen. Es sieht irgendwie so aus, als ob da was sein könnte oder nicht. Ich bange gerade ein wenig um meine dritte... Um mein drittes Finstermundstück. Ich sag's, wie es ist. Ich hab wirklich ein bisschen das Gefühl, als ob ich hier was übersehe. Aber ich glaube, es gibt halt keine durchlässigen Wände. Hier. In Mario Bros. 2. Oh. Oh, nein! Oh, alles nur für ein One-Up. Nee, 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 nee. Nein, nein! Habe ich jetzt wirklich... Habe ich jetzt wirklich eins verpasst? Ist es soweit? Ist es passiert? Habe ich mein erstes Finstermundstück verpasst? Oder packen die das jetzt noch irgendwo ans Ende? Weil das Level ist hier, glaube ich, vorbei. Oh, es ist noch nicht ganz vorbei. Es ist noch nicht ganz vorbei, Freunde. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung. Auch wenn's nicht viel ist. Aber ich gebe erst auf, wenn ich die Zielflagge sehe. Aha, aha. Will ich dich aktivieren? Ja, ich will dich aktivieren, oder? Ja, will ich, will ich, will ich. So. Okay. Wir können auf jeden Fall hier immer weiter aktivieren. Aha. Und da unten, die blaue Röhre, sieht sass aus, oder? Nee, ich muss da hoch. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ich lass mich jetzt hier droppen. Ja. Ist es das, Freunde? Ja. Aber wie komme ich da hoch? Aha. Aha. Die spawnen jetzt hier unterschiedlich. Ich, ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt so. Und dann muss ich jetzt hier warten. Und dann hier hoch. Und wir haben das Tintamon-Stück. Und dann muss ich, glaube ich, jetzt einfach nur noch irgendwie passend zurückkommen, damit der ganze Bums hier funktioniert. Wunderbar. Das Seil hier wurde entfernt. Und ich glaube, jetzt will ich einfach nur noch jetzt zielen. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Bisher noch kein Secret vertreckt, Freunde. Bisher drei Level, dreimal alles gefunden. Ich bin noch stolz auf uns. Ich bin, ich bin noch sehr stolz auf uns. So, und da unten geht es zu einem One-Up-Haus, wo ich auch fünf bezahlen muss. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich meine, ich möchte schon am Ende des Tages die ganze Karte freigeschaltet haben, sage ich, wie es ist. Wir können ja mal nachschauen, ob der Meister da unten irgendwas Spannendes hingepackt hat. Oder ob er das halt irgendwie verändert hat. Nee. Okay, das ist Classic. Das können wir rauskarten. So. Dann haben wir doch jetzt schon unseren ersten Turm, bevor es da drüben für uns in eine Art Schneewelt geht. Okay, also die Oberwelt scheint sich auf jeden Fall zu ändern. Und das ist ein Turm mit vier Wegen. Ui. Sehr interessant. Und da oben ist direkt das erste Finstermondstück. Äh, okay. Und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ah, doch, ich muss von unten da ran, ne? Wahrscheinlich so. Ja. Hey. Geil, Freunde. So schnell geht's. So schnell kann man das erste doch schon finden. So, mit dem Tanuki können wir hier auch schön hochwalljumpen. Und hier müssen wir uns jetzt, glaube ich, im richtigen Moment ducken, dass wir durchgebracht werden. Aber richtig auch gruselige Musik und alles, ne? Also so ein bisschen wollte er, glaube ich, schon den Halloween-Vibe einfangen. Auch wenn das jetzt kein offizielles, kein offizieller Halloween-Hack ist. Aber so ganz von den Grusel-Elementen kann er sich jetzt auch nicht lossagen. Muss ich jetzt mal so feststellen. Nicht, dass ich schlecht finden würde. So, ah, wenn man dann eine Sache geschafft hat, kommt da so ein Block hin. Und wir können jetzt in die blaue Röhre rennen. Das sind ja vier Röhren und dreimal, äh, quasi. Und es sind ja drei... Ups. Hier, mach das auf. Da. Aber ich hab eh noch ein Tanuki im Inventar, also alles gut. Naja, nehmen wir ihn mit. Es sind drei Finstermundstücke und vier Röhren. Also mindestens eine Röhre wird kein Secret sein. Aha, aber hier oben ist schon wieder einer. Okay, und jetzt ist es wahrscheinlich Beeilung, weil ich da wahrscheinlich nur hinkomme. Wenn ich schnell genug bin. Jawollo. Und das war tatsächlich in meiner Liste Finstermund Nummer drei. Okay. Aber die Reihenfolge hier ist, glaube ich, auch relativ egal. Okay, zwei von vier Challenges geschafft. Ich mag sowas. Ich mag solche Level auch in, äh, in Mario Maker 2. Da werden die häufig über so... Oha. Da werden die häufig über so Red... Red-Coin-Level umgesetzt. Dass man quasi immer, äh, durch verschiedene Röhren geht und am Ende jeder Challenge eine Red-Coin bekommt. Daran erinnert mich das ein bisschen. Aber wie gesagt, ich... Ich... Ich bin Fan von solchen Leveln. Ich... Ich find's immer cool, wenn du so Mini-Challenges hast und dann immer so Stück für Stück so ein bisschen Progress für dich sammelst. So, und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann scheint das jetzt hoffentlich die Passage gewesen zu sein, in der es keinen Finstermund für uns gab. Bitte, gelbe Röhre. Gönne uns doch nochmal. Gönne uns doch an der Stelle doch bitte nochmal einen Finstermund. So, da müssen wir jetzt ganz genau aufpassen. Ja, das wird nämlich jetzt immer schneller hier. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich ganz genau ein Auge drauf haben, weil es irgendwo wahrscheinlich, ja, ein Finstermund ist. Sehr schön. Haben wir. Alles wunderbar geklappt. Den schallern wir so weg. Und jetzt sind wir auch schon unten angekommen. Wir haben alle Secrets. Ich hab noch ein Tanuki im Inventar. Wir kommen ab durch die Mitte. Ja, dann schauen wir doch mal. Sind es die Rhinos? Sind es diese Dinos, die auf den Plattformen stehen? Ja. Okay, aber wahrscheinlich in irgendeiner etwas erschwerten Version, oder? So, sie machen noch nicht den Boden kaputt. Jetzt machen sie den Boden kaputt. Aber vielleicht kann ich trotzdem hier stehen bleiben. Ja, ich glaub, ich kann wirklich hier stehen bleiben. Haha. Die kommen nicht mal dazu, dass der Boden bei mir bröckelt. Da haben wir die schon aus dem Leben genommen. Ich mag aber diese Farbverlaufs-Regenbogenblöcke. Oder halt diese Fragezeichenblöcke. Ich find die verdammt geil. Oh Roy spielt hier den Bösewicht. In Ordnung. Das Castle sieht auch freaking fancy aus. Wow. I like, I like. So. Und, äh, ja. Ich glaub, das Pilzhaus brauch ich immer noch nicht. Wie gesagt, das hebe ich mir mal auf. Sollten wir vielleicht irgendwann echt noch in die Bredouille kommen. Ich weiß ja nicht, wie schwer das Ganze hier noch wird. Dann gucken wir uns mal 1,4 an. Und das ist jetzt ein richtig klassisches Schneelevel. Aha, aber hier ist irgendwas. Okay, okay. Ah, okay, aber nur ein One-Up. Schade. Da dachte ich, da hätte ich jetzt vielleicht schon was richtig, äh, Verrücktes entdeckt. Hier gibt's sogar noch mal ein Tanuki für uns. Sehr cool. So, und jetzt müssen wir mal ganz genau, ganz genau die Augen offen halten, ne? Was hier, was hier abgeht. So, da kann ich mich, soll ich mich hier droppen lassen? Risiko, Risiko. Hat sich nicht gelohnt. So, aber, oh, jetzt wollte ich den yeeten, holy shit. Der zerlegt mich komplett hier unten. Es ist aber eine grüne Röhre. Das ist jetzt kein Risiko. Das ist einfach ein entdecktes Secret, oder? Okay, wir werden nach oben gefeuert. Ja, das, ich, ich, ja, wenn ich mir das Level vielleicht ein bisschen genauer angeguckt hätte, dann hätte ich schon checken können, dass das vielleicht nicht ein Secret ist. Aber irgendwie sah es auch aus wie ein Secret. So, und jetzt machen wir das folgendermaßen. Ich walljumpe hier dann einfach im richtigen Moment. Genau, wunderbar. Dann haben wir doch hier schon das erste Secret. So, und jetzt nehme ich mir auch, glaube ich, direkt den Tanuki. Weil, sollte ich dann irgendwann wieder ein neues Item bekommen, ist es dann eben direkt wieder ein Tanuki. Und wenn ich eben jetzt noch klein gewesen wäre, wäre es eben ein Pilz gewesen. Also man muss da auch immer so ein bisschen, äh, passend planen. Genau, dass man hier direkt den nächsten, äh, wunderbaren Tanuki instant abgeliefert bekommt. So, jetzt aufpassen. Ich bin kein großer Fan von Eisleveln. Ich bin in denen nicht sehr talentiert. Ich habe das Gefühl, ich kann mit der Eismechanik nicht so gut umgehen. Ich kann hier hoch. Okay, aber hier ist nichts. In Ordnung. Akzeptiert. Oh. Volle Konzentration. Boah. Doch, also Eis, springende, springende Parakopas, das ist schon alles sehr unangenehm. Aber wenn ich hier runterhüpfe, ist da einfach, oh, wow. Okay. Das zweite Finstermondstück, das kann man verchecken. Das kann man verchecken und man muss sich auch nicht schlecht fühlen. Ich, ich war wirklich einfach nur sehr neugierig, so nach dem Motto, komm, ich, ich probiere es mal. So, aber da wird ja eh nichts sein, so in die Richtung. Ja, Pustekuchen. Da war, da war ganz eindeutig was. Da war ordentlich was. Und der wirft sehr weit seine Hämmer, aber das Karma hat ihn gehobt. Zurecht. Zurecht, wenn er mich fragt. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss... Ich kann euch nicht mehr genau sagen, was da passiert ist. Okay. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier oben lang. Ich hab das Gefühl damit... Ja, das ist der eigentlich gewollte Weg vom Level. Äh, okay. So, hier hüpfen, dass die Plattform nicht zusammenbricht. So, und da haben wir doch schon wieder... Nein, na. Aber da haben wir doch schnell den nächsten Tanooki für uns. Das ist gut. Na, wir kriegen es auf jeden Fall immer noch hin, dass wir hier unsere Items behalten. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin wieder tot. Das darf nicht wahr sein. Das Level ist assi. So, okay. Also, das Level ist aber auch fies. Ich bleib dabei, dass das Level sehr, sehr fies ist. So, aber die Röhre hier unten, ne? Das ist doch genau das, was wir suchen. Man muss ja wirklich sehr vorausschauend spielen, weil diese... Einfach diese Mischung aus, äh... Na, hey, du hast irgendwie... Das habe ich zu spät kapiert. Das habe ich zu spät kapiert. Diese Mischung aus dem Eis, diesen sich außen einfahrenden Pilzen plus Hammer, Brüder, ist eine üble Mischung. Und die Starkönes auch fies. Absolute und sehr stark bemerkbare Schwierigkeitsgradanstieg in diesem Level. So, Freunde. Wir sind nochmal hier und jetzt wissen wir, dass es ein Wettrennen ist. Jetzt wissen wir, dass es ein Wettrennen ist. Ja. Und das haben wir auch geschafft. Geile Idee. Sehr, sehr geile Idee. Okay, finde ich nur ein bisschen, wie soll ich sagen, undurchsichtig. Also ich glaube, für jemanden, der eben wie wir nicht weiß, dass es ein Wettrennen wird, äh, kann das, glaube ich, ein bisschen verwirrend sein. Aber, aber alles gut. Wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Jetzt machen wir uns hier die Röhre auf. Und hier hinter sollte das Ziel sein. Boah, ich glaube, ich habe wirklich 10 Tode oder so auf jeden Fall in dem Level hier. Äh, das war... Das war nicht ohne dieses Level. Aber alles großartig. Es ist immer noch eine Schwierigkeit, die gut machbar ist. Fähres Checkpoint-System. Äh, dementsprechend alles super. Äh, aber das Level war jetzt auf jeden Fall eine Ansage. Und jetzt bin ich gespannt, ob es mit, ne, der Knackigkeit und dem Tempo weitergeht. Oder, ob jetzt an der Stelle quasi ein bisschen wieder runtergefahren wird und das so ein einmaliger Schwierigkeits-Spike, ne, so eine kleine Schwierigkeitsspitze war. So, da unten gibt es jetzt auf jeden Fall fette lila Säure. Die uns dann aber zu einem Pilzhaus führt. Also, das hier unten ist wirklich ein reines Bonus-Level. Mal sehen, Freunde. Mal sehen. Geile Mucke. Schon... Keine Ahnung, was das für Mucke ist, aber sie klingt schon wieder insane. Sie klingt schon wieder absolut insane. Ah, die wechseln ihre Richtung, je nachdem, wie ich draufhüpfe und ich mach direkt Feierabend hier. Und ich stehe jetzt in die Säure fahre. Aha. Dann kann ich oben drüber, Boss. Ist so weird für mich. Es ist so weird für mich. Ich sag's, wie es ist. Äh, gerade nicht auf Eis zu laufen. Ich bin's irgendwie so, so gewohnt, auf Eis zu laufen. Kann ich hier hochklettern? Ja. Okay, was machst du? Ich muss das runterfahren, sagt die Plattform. Ah. Weil hier ein Finstermondstück ist. Okay, okay. So, wenn ich jetzt hier draufhacke, dann... Oh, Bruder, jetzt muss ich aufpassen. Ich lass mich absichtlich treffen. Und dann nehm ich die Feuerblume und dann jete ich den. Let's go. Okay, okay. Smart gemacht. Aber doch. Also, äh, ich finde jetzt Schwierigkeitsanstieg bemerkbar. Es wird, es wird ein bisschen, äh, es wird heftiger. So, hier aufpassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier mit diesen, äh, Plattformen, die so hoch und runter fahren, kann man, glaube ich, wenn man will, sehr assi-Secrets bauen. Und den treffe ich hier aus der Entfernung. Das ist gut. Gut, da kann ich mich nämlich alles ein bisschen entspannter machen. Aha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Okay. Irgendwie bei jedem Sprung bin ich mittlerweile so, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich das. Hoffentlich schaffe ich das. So, und, äh. Nein, ich wollte, ich wollte einfach nur nach oben hüpfen und, 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 und. Einen Feuerball werfen und, und, und. Das habe ich nochmal aufs Maul bekommen und ich habe kein Item mehr im Inventar. Und, ahhh. Der Checkpoint war halt schon, ne? Also, jetzt kommt halt nicht mal eben was um die Ecke, was uns den Arsch rettet. Jetzt müssen wir langsam liefern. So. Ähm. Jetzt schreien meine Basics. Das Ding ist, Mario springt ja auch so ein bisschen nach vorne ab. Genau, jetzt so. Da müssen wir oben drüber. Doppelsprung, um nach oben zu fahren. Und dann hier nochmal oben drüber. Doppelsprung. Einmal noch. Okay, okay, okay. Dann dahin. Hoch. Das Ding runterfahren. So, der Meister kommt jetzt hier gleich um die Ecke. Ich weiß nicht, ob da unten noch was ist. Die Kamera ist jetzt nicht mit runtergefahren. Deswegen, äh, weiß ich es nicht. Okay, immerhin kriege ich jetzt mal wieder ein bisschen was ab. So, ich könnte, ich... Es sieht alles sass aus. Ich sag's, wie es ist. Aber auch da oben die rote Röhre, Freunde. So, ich da einfach... Ich kassiere einfach einen Treffer. Ich kassiere einfach einen Treffer. Und dann schauen wir einfach mal, was hier abgeht. Das muss doch ein Secret sein. Ich gehe einfach auf volles Risiko, dass wir das hier irgendwie gerockt bekommen. Aha. Okay, okay, okay. Der fährt jetzt hier hoch. Jetzt muss ich noch schauen. Kommt irgendwann Schaden von oben? Ja, hier ist es sinnvoller. Wenn wir unten durchfahren. Und jetzt hier nochmal nach oben. Aufpassen. Sehr schön. Drittes ist ein Finstermondstück. Ich muss es nur überleben, ne? Ich muss es nur überleben. Oh boy. Oh boy. So, hier flach bleiben. Niedriger Sprung. Nach oben. Item vielleicht. Ja! Oh, stark! Oh, stark! Wichtig, wichtig! Jetzt arbeiten wir hier einfach mit Walljumps. Das ist das Wichtige. Okay, okay, okay. Hier oben drüber. Ja. Ah! Oh, nein. Ich habe nochmal kassiert. Aber. Ah! Nein, einfach ein Ziel. Oh mein Gott. Wie häufig bin ich denn jetzt hier gerade dem Tod ertronnen. Wow, ein Insanis-Level. Wunderschöne Musik. Geile Grafik. Knackige Schwierigkeit. Aber hat Laune gemacht. Sehr schön. Und jetzt nehme ich mir hier auch mal so ein Pilzhaus mit. Weil ich habe nichts im Inventar. Mario hat ebenfalls kein Power-Up. Ich finde, da können wir uns das Ganze hier auf jeden Fall mal gönnen. Und ja, wir nehmen natürlich die beiden. Ich muss sagen, den Mini-Pilz brauche ich jetzt, glaube ich, in so einem Heck, der so eine Schwierigkeit jetzt aufhört. Nicht zwingend. So, aber bevor wir jetzt ins finale Schloss gehen, wollen wir uns natürlich nochmal anschauen, was ist hier oben. Lava? Eisenboxen? Eine bekannte Sache, die man auf jeden Fall kennt. So, ist hier was? Nein. Man muss immer so ein bisschen hinter dem Spawn nachgucken. So, welche Items kriegt man hier? Erstmal gar keins. Okay. So, schöne Optik. Das rückt wie so Bambusröhren. Ah, und diese Bowser-Statue, die schießt jetzt Feuerbälle. Okay, das heißt, wir müssen so ein bisschen Augen offen halten nach Bowser-Statuen. Dann wissen wir so ein bisschen, was abgeht. Okay. So, aber hier ist ein Tanuki. Das feiere ich. Den behalte ich. So, okay. Jetzt hier durch. Ja, ja, ja. Ah, okay. Muss ich da hoch walljumpen? Pass mal auf. Ah. Ja, da muss ich hoch. Den Gegentreffer musste ich jetzt leider kassieren. Mhm. Jetzt muss ich hier im Rhythmus... Ah! Der Feuerbälle bleiben, ja. Da bleibt mir jetzt nichts. Ah, da brauche ich jetzt schon mein, mein, mein Item. Aber es ist gut. Es ist gut, wenn wir... Sobald wir Progress... Und Progress meine ich halt irgendwelche gesammelten Finstermonde. Sobald wir die halt auch in einen Checkpoint gebracht bekommen, ist die Welt halt in Ordnung. Egal, wie viele Items wir dafür opfern mussten. In dem Moment, wo wir sowas... Ich bin tot. Ich... In einen Checkpoint bringen. Genau den habe ich gemeint. Assi. Assi. Sehr gut, Freunde. Ein Finstermond in den Checkpoint gebracht. So, und jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt müssen wir hier durch. Und bevor die Plattform die Lava berührt. Boah, Bits. Na, jetzt... Fahren die hier aber auch nochmal eine Schwierigkeit auf. Ich dreh hol. Nein, wieder ein Gegentreffer. Das darf nicht wahr sein. Aber ich behalte jetzt mal meinen Tanuki tatsächlich. Der macht nix. Okay. Ah. Ah, der schießt, wenn ich da oben drüber bin. Na ja. So, ich behalte den jetzt mal. Wobei, hier könnte jetzt ein Tanuki für uns drin sein. Wir wollen natürlich die Items immer als Item-Mario aktivieren. Dass wir dann auch, so gut es geht, davon profitieren. So, hier ist nichts. Hier nach oben geht es auch nicht. Ich habe halt nur einen... Ach, der schießt dreimal, viermal, fünfmal. Braah. Ich habe nur ein Finstermond-Stück bisher. Ich finde das jetzt nicht so wenig. Ich will hier rein. Okay, okay, okay. Sehr gut. Das hat geklappt. So. Und jetzt? Ah, wir haben... Okay, wir haben hier jetzt steigende Lava. Okay. So, hier muss ich aufpassen. Ich lasse mich jetzt mal einmal schießen. Genau. Ich bin oben an die Wand gestoßen. Verdammt. Okay, okay. Wir sind am Start. So. Hier muss ich mich jetzt beeilen. Genau. Boah. Wie viel schießt der? Okay. Sehr viele. Pass auf, dann gehe ich jetzt nach denen durch. Yes. Okay. Hey, schön. Das war das zweite Finstermond-Stück. So, und der schießt... Die schießen jetzt wieder quasi auf Kontakt, wenn sie mich sehen. Na ja, aber ich finde, den kann man ganz gut ausweichen. So. Boah, das kann nicht das Ende des Levels sein. Da muss noch was kommen. Ja, ja. Wollte gerade sagen. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Ja, ja. Hier sind wieder Feuerbälle, die geschossen werden. Zack. So, einmal da hoch. Sehr gut. Wir haben direkt nochmal hier einen wunderbaren Tanuki. Zack. Okay, okay, okay. Wir bleiben erstmal hier. Und dann gehen wir rüber. Genau, jetzt immer aufpassen. Ich gehe stark davon aus. Ich gehe stark davon aus, dass wir irgendwo hier in dieser Passage noch hoffentlich das letzte Finstermond-Stück finden. Wenn nicht, wäre ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Schade. Aber da habe ich jetzt irgendwie auch keine Möglichkeit gesehen, hier im Leben durchzukommen von einem Tag. Nein, kein Finstermond-Stück. Nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Der bekannte Weg in die Richtung. Yes. Sehr gut. So. Ah, der entfällt das. Geil. Freunde. Auch das Level ist geschafft. Boah, ey. Nein. Boah. Ey. Der schafft es aber auch, einen immer und immer und immer wieder zu treffen, ne? Also, ich tanke mich hier mit vielen Items durch. Aber das muss man doch wieder sagen, ist halt, finde ich, Level-Design-technisch gut gemacht. Es sind Leveln, die du häufig aufs Maul bekommst, aber du kriegst auch wirklich viele Items. Also, es ist halt schon so ein bisschen mit Item-Management mit allem verbunden. Also, ich finde das schon gar nicht so schlecht, sage ich ganz ehrlich. Gehen wir ins Schloss. Ich habe aber auf der Karte gesehen, dass es noch irgendwie eine geheime Welt oder sowas gibt. Ich weiß aber nicht, ob da noch Level sind. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon das letzte Level ist. Oh, der ist jetzt verpufft. Das ist nicht so gut. Hier sind so einmal Jumps. Aber es ist halt wieder mit Eis, ne? Also, Eis scheint auf jeden Fall ein Thema hier in diesem Pack zu sein. Ich wollte das Ding ausmachen. Ich könnte heulen. So. Aber wir haben hier auf jeden Fall was. Okay. Ich bin tot. Ja. Aber will ich da unten lang? Ich glaube, ich will da unten lang, oder? Oder will ich nach oben? Was ist der gewollte Weg? Also, unten sieht mehr nach Secret aus, wenn ihr mich fragt. Passt auf. Dann gehen wir unten lang. Wir machen es. Wir machen es. Und wir kriegen eine Röhre. Jetzt hoffen wir einfach. Ja, es ist eine Secret-Röhre. Sehr gut, sehr gut. So. Und jetzt muss ich mich hier beeilen, ne? So. So. Ich mach einfach mal nicht alle aus. Dadurch spar ich mir. Brochiert. Ein bisschen Zeit. Okay. Also, ich hab kassiert. Ich hab kassiert. Aber wir bleiben bei unserer Checkpoint-Regel, Freunde. Jedes Secret, welches wir zu einem Checkpoint transportiert bekommen, ist ein Erfolg. So. Und was geht eigentlich hier drüben ab? Oh, what? Oh, und one up? Okay. Aber immerhin hat er ja an die Secret Hunter gedacht. Oh, irgendwie. Die. Ich hab immer das Gefühl, dass die einen höher boosten. Aber diese Pilze boosten einen nicht besonders hoch. Man kann da bei denen, äh, nicht mit viel Leistung rechnen, was, was, was Sprungleistung angeht. So. Jetzt wird hier gesagt, ich... Krieg aufs Maul. Aber, Freunde, wir müssen mal, wir müssen jetzt mal ganz kurz über die Mucke reden. Wirklich. Also, was ist das bitte für ein Banger-Soundtrack? Das könnte von irgendeinem epischen Filmfinale oder so sein. Äh, wirklich crazy geile Mucke. Ich weiß nicht, ob das ein Remix von irgendwas Bekanntem ist oder so. Das könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Äh, aber, Bro, der knallt. Holy shit, der knallt. Wirklich. So, hier ist noch ein bisschen ein paar Münzen. Die lassen wir mal. So, was bist du jetzt? Ah, okay. Das ist jetzt ein Pilz, der einen anderen Pilz erscheinen lässt. Interessant. Und das bleiben aber trotzdem einmal Pilz. Scheiße. Wow. Wow. Ja, jetzt muss ich mich töten. Cool. Das ist aber jetzt auch ein bisschen assi. Das ist aber auch ein bisschen assi, muss ich jetzt mal sagen. Oh, ja. Ich will sterben, Bro. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Ich kann das alles nicht mehr. So, so funktioniert das. Das ist aber auch eine assi-Stelle, ne? Du bist einfach so, ja, ja, ich hüpfe ein bisschen weiter. Und in dem Moment, wo du den vorderen Pilz berührst, hast du schon verkackt. Ne? Da hast du schon verkackt. Du kannst nämlich die Sprunghöhe in keinster Weise selber steuern. Ne? Du landest auf dem Pilz und dich schleudertst in den festgesetzten Wert nach oben. Ob du willst oder nicht. Das ist echt, das ist echt fies. So, jetzt versuche ich hier mal hier beide auf einmal zu erwischen, um mir vielleicht hier ein bisschen Zeit zu sparen. Das klappt gut. So, und das war auch der zweite. Ich bin tot. Oh, du hast so wenig Möglichkeiten, auf dem was zu steuern. Du siehst sie teilweise nicht. Das ist... Ich weiß nicht, ob die mir gefallen. Sie sind herausfordernd, aber irgendwie so ein bisschen so weird, unsatisfying, herausfordernd. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde nicht ganz warm mit dem Pilzen. Bro. Ne, ach. Ich bin... Ich werde nicht ganz happy mit dem. Ich werde nicht ganz happy mit dem. Auch hier zum Beispiel, ne? Dass die Sprunghöhe hier nicht so ganz reicht, um da hochzukommen, weil... Also, es fühlt sich einfach nicht wie so ein geiles Trampolin aus Super Mario an, sondern irgendwie wie so ein weirdes. Ich kann es nicht beschreiben. Irgendwas, irgendwas haben diese Pilze an sich, wo ich mir denke, irgendwie, das ist es nicht ganz. Aber es ist okay. Also, es ist immer... Es ist keine Katastrophe, ne? Es ist wahrscheinlich mehr persönliche Präferenz, als dass es wirklich ernsthafte, objektive Kritik ist oder was auch immer oder was Ernstzenehendes. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen so ein... So eine Feeling-Sache. Also, ich will mich jetzt hier gar nicht als der allwissende Kritiker darstellen, der irgendwie sagt, das ist ein schlechtes Element, sondern es ist, glaube ich, einfach... Ja, wie gesagt, persönliche Präferenz. So, und jetzt haben wir hier, hoffentlich... Jawollo. Okay. So. Den letzten Kollegen. Was passiert jetzt hier? Okay, warte mal. Wie geht das? Aber wahrscheinlich muss ich hier eine Stampfattacke machen, ne? Jawollo. Sogar noch so ein kleines Rätsel mit denen. Cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gesagt, du hast halt irgendwie... Du checkst halt immer nicht so ganz, wo es für dich lang geht. Das ist so... Das ist... Nee, nee, die... Nee, das ist... Ich... Ich fühl die nicht. Ich fühl die nicht. Die Steuerung auf denen ist ganz, 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 ganz komisch. Du springst zu schnell. Du hast kaum Möglichkeiten, den Sprung zu verzögern. Du... Du wirst einfach irgendwie so ein bisschen... Es fühlt sich immer wie ein halber Blind Jump an. Es ist eigentlich kein Blind Jump, aber es fühlt sich so an. Ich glaube, in dem Mario Bros. Wii oder Mario Bros. U würde das besser funktionieren, weil man dadurch diesen Wirbler in der Luft einfach noch mehr Möglichkeiten hat, seinen Sprung zu verzögern. Aber dadurch, dass du diese Möglichkeit in... Ja, in NSMB 2 eben nicht hast, ist es so ein bisschen so nach dem Motto, hey, du wirst jetzt einfach in dein Nichts gefeuert. Das ist so... Ah! Es ist so wack! Ah! Du hast das Gefühl, dass doppelte Schwerkraft aktiv ist. Es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, ob man es beim Zuschauen sieht, aber zum Selberspielen fühlt sich das einfach nicht so ganz rund an. So, aber ist jetzt hier der Roy-Kampf, oder? Oder kommt jetzt hier Bowser? Nee, nee, okay. Hier kommt Roy. Ist das der Final Boss dieses Packs? Aber wie gesagt, auf der Karte habe ich noch eine zweite Welt gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht nur so eine Credits-Welt ist oder ob das quasi irgendwie nicht rausprogrammiert werden konnte. Ich denke, das werden wir gleich herausfinden. So. Der Meister wurde jetzt aber nicht irgendwie, sag ich mal, groß schwerer gemacht. Habe ich aber auch kein Problem mit, wie solche Mod-Packs sollten sich eher darauf konzentrieren, schön auszusehen, geile Mucke zu haben, schönes Level-Design zu haben. Und wenn dann noch Zeit ist, kann man auch ein bisschen an den Bossen arbeiten. Aber Bosse umarbeiten ist, glaube ich, auch sehr schwer. rein von technischer Seite her. Und das ist vollkommen in Ordnung. Level-Design technisch hat dieser Hack absolut abgerissen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Wir haben alle Finstermond-Stücke. Wir haben jedes Level gespielt. Wir haben alles gefunden. So, und Iggy sagt, eat my ass. Haut sich auf sein Allerwertes. Und nimmt Peach mit in die nächste Welt. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Kommt hier was, oder war es das? Oh, wir haben noch ein Level. Oh, Freunde, wir haben noch ein Level. Der Münzrausch-Modus ist jetzt anbebar. Nee, den brauchen wir nicht. Das ist ein Überbleibsel vom originalen NSMB 2. So, was geht hier ab? Es gibt noch mal drei Finstermond-Stücke. Nein! Das sind die Credits! Okay, das war's. Das war's. Arschgeile Nummer. Arschgeile Nummer. Freunde, es war richtig schön. Das war stark. Das war sehr stark. Rimea, mit Abstand einer der besten 2D-Modder da draußen, hat auch für Wanda schon viel gemacht, hat für Yu schon viel gemacht. Hat jetzt auch für NSMB 2 was rausgerauen. Also, der Mann ist am Kochen und hat hier auf jeden Fall abgeliefert. Und ich hoffe, dass euch das Ganze Spaß gemacht hat, Guys. Wenn ihr gerne mehr solcher Uncut-One-Take-Playthroughs von solchen Mods sehen wollt, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ich das mal wieder mache. Und falls ihr jetzt noch ein weiteres Uncut-Playthrough sehen wollt, Freunde, da habe ich hier oben mit Super Mario Evolution angefangen. Schaut da gerne rein. Das ist ein Video in einem ganz ähnlichen Stil. Oder ich verlinke euch einfach hier unten im Majora's Mask Randomizer. Das ist ein Herzensprojekt von mir. Gebt dem Ganzen eine Chance. Ich schwöre euch, ihr werdet es nicht bereuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.